hallo freunde der blöcke ähm ich baue hier mein haus weiter ja ich habe auch etwas privat gespielt obwohl ich eine private welt habe ja ist aber jetzt sowas von egal ihr hört bestimmt dass mein fernster der fernster am laufen ist aber jetzt egal ignoriert das einfach ja Und mein Haus ist jetzt nicht so riesig, aber wenn ich mich fertig habe, dann ist es oben ganz groß. Das heißt auch, dass ich hier Kältung habe. Oh ja, aber nur eine Info. Den Kanal von meinem besten Kumpel, dass er der fünften ist und ich erst in der sechsten. Also wir gehen beide auf die kleine Schule. Also ich gehe erst in die sechste, mein Freund in die fünfte. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Wir haben ja beide das gleiche Alter. Also Schule ist wichtig. Das muss man schon sagen. Also das ist jetzt mein zweites Let's Play. Also ob ihr auch noch mehr Lust auf Gameplays habt oder auf Zügel. Oh, jetzt habe ich meine Wappertal kaputt gemacht. So. So. Ja, das war mein Buchschreibung. Also wenn ihr wissen wollt, woher ich den Skin habe, ich habe ihn im Internet downloadet und er stellte Minecraft. So, das Let's Play kann jetzt so durcheinander sein, habe ich dafür gehabt, dass ich mir mein erstes Let's Play angeschaut habe. Ja. Ich habe mir nur noch vier Minuten gehabt. So, das war jetzt hier ganz vorne, richtig hoch. Also ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Cut, der zeigt euch den Kanal von meinem Freund. Hier ist der Kanal von meinem Freund. Da steht Till noch rum. Also er hat schon hier 1, 2, 3, 4, 4 Videos hochgeladen und hat schon 11 Abonnenten. Das zeige ich euch mal hier das Video. Ja, er hat es halt mit Viva Video gemacht. So, Leute, langsam wird es ausgereift und ich denke mal, es sieht ganz gut aus und schaut es euch an. So, jetzt schreib dir mal einen Kommentar. das 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 steckt das bestimmt wir weit drin ups 3 oh schon wieder der unter meinen kommentaren der warum bei meiner klasse ist aber schon drei jahre her jetzt mache ich nur mal einen kleinen cut da sind wir wieder minecraft also vorher habe ich ja nichts gewusst wie man jetzt place auf mein auf dem tablet aufnehmen kann das heißt einfach mobile sind runterladen und schon fertig das war es jetzt mit diesem gameplay ja und der blöcke würde ich jetzt sagen tschüss so 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 so